Leute, wir haben seit meinem gestrigen Video und seit meinem gestrigen Livestream mal wieder genau das gesehen beim Bitcoin, was wir erwartet haben. Ob wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir mit einer größeren Korrektur rechnen müssen oder ob der Bitcoin-Kurs einfach weiterhin ohne Unterbrechung steigen wird, darum geht es natürlich heute im Video. Ich werde euch wieder ganz genau sagen, was wir in den nächsten Stunden und auch in den nächsten Tagen vom Bitcoin und natürlich auch vom Ethereum-Kurs erwarten können. Ich werde euch ein Update über meine Trades geben. Insgesamt habe ich jetzt bereits aus meinem Ethereum-Trade über 60.000 Dollar an Gewinn rausgenommen. 125.000 Dollar sind beim aktuellen Kurs noch an Possible-Gewinn offen. Das heißt, die kann ich theoretisch noch rausnehmen. Des Weiteren habe ich natürlich auch noch hier den Bitcoin-Trade offen, der mittlerweile auch schon mit 70.000 Dollar im Gewinn ist. Und wir haben natürlich hier auf Femex auch noch einen Bitcoin- und einen Ethereum-Trade, beide zusammen ungefähr mit 70.000 Dollar im Gewinn. Ich werde euch ganz genau sagen, wann ich hier Profite nehmen werde, ob ich diese Trades nochmal vergrößere, ob ich vielleicht sogar nochmal neue Trades aufmachen werde. All das erfahrt ihr im heutigen Video. Das heißt, falls euch das interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Dann gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, schreibt doch einen Kommentar und teilt das Video natürlich gerne. Pusht das Video in den Algorithmus, damit alle Leute, die sich mit dem Thema Bitcoin aktuell beschäftigen, dieses Video sehen und up-to-date zum Bitcoin-Kurs sind. Und ansonsten, falls ihr euch für dieses ganze Trading-Thema interessiert und ihr wissen wollt, wie ihr die Informationen aus meinen Videos in die Realität umsetzen könnt, Leute, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp. Schaut mal unter diesem Video hier vorbei, also unter dem aktuellen Video, was ihr gerade schaut. Geht da einfach mal in die Videobeschreibung und schaut euch dieses Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an, Leute. Ich beantworte da wirklich alle Anfängerfragen und gebe da sogar noch ein paar Tipps und Tricks, die auch für fortgeschrittene Leute interessant sind. Und das Einzige, was ihr dann noch machen könnt, wenn ihr mich unterstützen wollt, ist natürlich euch mit meinen Affiliate-Links bei Bybit, Femadex und Duodex euch zu registrieren. Mit meinen Affiliate-Links, damit unterstützt ihr mich. Und ich habe euch auch noch die bestmöglichen Boni mit meinen Affiliate-Links organisiert. Über 1000 Dollar kriegt ihr da komplett kostenlos nach euren ersten Einzahlungen. Die kriegt ihr auch nur mit meinen Affiliate-Links und ihr habt natürlich nochmal ein bisschen extra Glück mit meinen Affiliate-Links, denn jeder, der mich unterstützt, dem wünsche ich natürlich ein bisschen extra Glück. Ich würde aber sagen, wir schreien jetzt gar nicht großartig drumherum, sondern schauen uns den Bitcoin-Kurs direkt mal etwas genauer an. Wir haben ja im vorgestrigen Livestream tatsächlich davon geredet, dass es wichtig ist, dass wir diesen Support hier mit dem 4-Stunden-Close, uns mit dem 4-Stunden-Close hier drüber halten und dass ich dann davon ausgehe, dass wir weiter ansteigen werden. Das ist bis jetzt ja auch passiert. Gestern im Livestream waren wir wieder hier, genau an dieser Stelle. Da habe ich ja auch gesagt, dass wenn wir hier den 4-Stunden-Close über diesem Support sehen, dass es dann nicht unwahrscheinlich ist, dass wir weiter ansteigen werden. Genau das ist auch passiert. Wir haben ja heute das erste Mal einen kleinen Rücksetzer bei Bitcoin gesehen. Wir haben sogar hier, wir sind tatsächlich um fast 2.000 Dollar nach unten korrigiert, was keine kleine Korrektur ist. Es ist eine über 5-Prozent-Korrektur, die wir an sich oder genau eine 5-Prozent-Korrektur fast, die wir da heute gesehen haben. Und wir sind wirklich genau nochmal hier auf den Support runter und haben den auch nochmal einfach diesen Support-Bereich jetzt hier bestätigt. In 25 Minuten schließt ja auch die 4-Stunden-Kerze und solange wir die hier richtig schön über dem Support schließen, bin ich nicht mehr bearish als bullish eingestimmt. Ich werde tatsächlich bei Bitcoin erst mit einer etwas größeren Korrektur rechnen, sobald wir hier an sich die 63.700 Dollar nach unten durchbrechen. Das habe ich ja auch gestern bereits im Livestream gesagt, da habe ich die ganze Zeit ja gesagt, solange wir uns über den 36.600 Dollar eigentlich ziemlich genau halten, werde ich weiterhin mehr bullish als bearish sein. Das heißt, für mich gibt es momentan noch keinen Grund zur Annahme, dass wir eine größere Korrektur sehen werden, solange wir diesen Support-Bereich erhalten. In Anführungszeichen rechne ich persönlich erst damit, sobald wir hier oben an unser All-Time-High kommen, da bin ich mir an sich zu 100% fast sicher, und das ist hier keine Finanzberatung, aber ich bin mir zu 100% an sich sicher, dass sobald wir hier oben diesen letzten Widerstand von unserem Wig of Reaccumulation Pattern antesten, dass wir da dann das erste Mal mit einem etwas größeren Rücksetzer rechnen müssen. Das heißt, da werden wir dann nochmal so einen Rücksetzer hier so auf 39.000 Dollar sehen. Im Worst Case sehen wir sogar einen kurzen Rücksetzer, sogar nochmal hier runter bis auf diese Support-Zone bei 37.000 Dollar, und dann werden wir den Bullenmarkt tatsächlich fortsetzen. Ich bin momentan definitiv viel mehr bullish als bearish eingestimmt. Ihr kennt meine Meinung, wir müssen uns das Ganze beim Bitcoin auch nochmal ganz kurz hier auf den BLX anschauen, bevor wir dann jetzt zu Ethereum wechseln. Wie ihr auch schon sehen könnt, Leute, wir sind auch jetzt bei Bitcoin kurz davor, wirklich hier unseren letzten 8-Jahres-Widerstand hinter uns zu lassen. Ich gehe stark davon aus, dass wir nach diesem 8-Jahres-Widerstand, genauso wie das letzte Mal, wo wir die nach oben hin durchbrochen haben und als Support bestätigt haben, haben wir ja gesehen, was danach passiert ist. Wir hatten einen 500%-Run-Up beim Bullenmarkt davor, hatten wir einen, zack, einen 370%-Run-Up hier an der Stelle, und ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann auch hier wieder mit einem ähnlichen Run-Up von bis zu 600% tatsächlich bei Bitcoin rechnen müssen, sobald wir eben auch dann hier über den letzten Widerstand drüber sind und den bestätigt haben. Das heißt, wenn wir jetzt genau das, würde auch perfekt mit dem Wig of Reaccumulation Pattern übereinstimmen. Wir sehen den Pump hier aufs All-Time-High, sehen dann die Korrektur, guck mal, perfekt auf die 39.000 Dollar runter und sehen dann einen weiteren Anstieg, wie gesagt, die 39.000 Dollar. Das wäre ja auch wirklich genau die Korrektur, die wir hier beim Wig of Reaccumulation Pattern tatsächlich erwarten können, was ich in den letzten Wochen immer wieder angesprochen habe. Das heißt, hier einmal aufs All-Time-High, runter auf 39.000 Dollar. Es würde wirklich perfekt beides zusammenpassen, sowohl der 8-Jahres-Widerstand als auch das Wig of Reaccumulation Pattern hier auf den kleineren Timeframes. Das heißt, das ist so das, was ich vom Bitcoin-Kurs momentan erstmal erwarte. Das heißt, ich kann euch da direkt auch schon sagen, was werde ich mit meinen Trades machen. Mein Bitcoin-Trade bei Bybit, dieser hier, der 900.000 Dollar Trade, der wird auf jeden Fall offen bleiben. Ich meine, der Einstiegspunkt ist hier relativ weit unten. Ihr wisst es ja, wir haben ja auch schon bei diesem Bybit-Trade auch schon einige Profite genommen und haben die Position wieder ein bisschen vergrößert. Insgesamt sind wir jetzt mit den Profiten, die wir genommen haben, seit diesem Run-Up hier bei Bitcoin und Ethereum bereits über 100.000 Dollar sicher im Gewinn. Die haben wir bereits aus unseren Trades rausgenommen. Ich habe ja hier auf Femex auch noch eine 1,1-Millionen-Dollar-Position offen. Die wird auch erstmal weiterlaufen. Das heißt, da habe ich jetzt auch nicht vor, die bereits zu schließen. Da muss man natürlich sagen, ist unser Einstiegspunkt schon deutlich näher, weil bei dieser Position habe ich noch keine Profite genommen, aber die bereits vergrößert. Das heißt, ihr seht auch schon, wir haben unseren Stop-Loss hier im Profit direkt unter dem Support-Bereich. Das heißt, solange wir den Support halten, wo ich auch immer, solange wir den halten, bullish bleibe, wird die Position noch nicht geschlossen. Ganz klare Geschichte. Sollten wir da runterbrechen, dann werde ich ja sowieso eher ein bisschen bearish. Da update ich euch dann aber auch in meinem Telegram-Kanal, in meinem kostenlosen und dann natürlich auch auf YouTube, wenn das passieren sollte und werde euch dann ganz genau sagen, was dann meine Preisziele nach unten hin sind. Aber bis jetzt halten wir die Supports und pushen immer weiter hoch. Das heißt, darüber brauchen wir uns momentan noch keine Gedanken machen. Wechseln wir hier an der Stelle zu Ethereum. Wir haben auch gestern im Stream darüber geredet, dass wenn wir bei Ethereum einen kleinen Rücksetzer sehen werden, dass wir meiner Meinung nach maximal bis runter hier auf den Rising Wedge korrigieren werden. Und wir sehen es hier auch perfekt. Ethereum ist bei diesem kleinen Dump, den wir heute gesehen haben, wirklich perfekt runter auf den Rising Wedge korrigiert und wurde hier an der Stelle wirklich wunderbar aufgekauft. Man muss sagen, Ethereum fängt das erste Mal gerade so ein bisschen an zu schwächeln gegenüber Bitcoin. Wie ihr seht, wir sehen hier wirklich ein kleines Retrace, aber das Ganze ist nicht so schlimm. Ethereum hat ja Bitcoin bis jetzt wirklich sehr, sehr stark outperformt in den letzten Tagen. Seitdem eigentlich ziemlich genau, seitdem ich angekündigt habe, dass ich Teile von meinem Bitcoin-Portfolio in Ethereum umgetauscht habe, seitdem performt Ethereum wirklich unglaublich gegenüber von Bitcoin. Und man muss sagen, wir retesten jetzt hier bei Ethereum gerade einfach nur so ein bisschen beim Ethereum-BTC-Pair. Einfach so ein bisschen hier retesten wir diesen Support-Bereich. Das heißt, solange wir hier diesen Support-Bereich mit dem Ethereum-BTC-Chart halten, bin ich weiterhin bullish. Ich erwarte, dass wir uns dann kurz hier drin befinden und dann weiter in Richtung von 0,05 Ethereum pro Bitcoin gehen werden. Das heißt, auch nichts wirklich Besorgniserregendes hier beim Ethereum-Bitcoin-Chart. Genauso dasselbe beim Ethereum-OSD-Chart. Es kann halt sein, dass Bitcoin jetzt noch ein bisschen anziehen wird und wir hier bei Ethereum ein kleines Sideways-Move mitsehen. Vielleicht werden Leute hier ein bisschen Profite nehmen. Es wird einfach eine kleine Reaccumulation geben und danach wird Ethereum seinen Trend Richtung 2.000 Dollar fortsetzen. Wie gesagt, Ethereum würde ich erst wieder bearish werden, sobald wir hier unter den Support des Rising Wedges fallen. Darüber würde ich euch dann auch updaten. Habe ich ja auch gestern im Stream gesagt, dass wenn wir da runterfallen sollten, dass ich dann erneut Profite nehmen werde und die Ethereum-Position erneut ein bisschen verkleinern werde. Aber bis jetzt halten wir die Supports. Das heißt, ich werde mir jetzt noch nicht allzu große Gedanken darüber machen, was passieren könnte, wenn wir eine Korrektur sehen. Einfach aus dem Grund, weil wir bis jetzt die Supports immer wieder gehalten haben. Aus diesem Grund, in 19 Minuten schließt auch die 4-Stunden-Kerze. Wenn wir die so schließen, gibt es eigentlich keinen so großen Grund zur Besorgnis. Aber wie gesagt, die nächsten 4-Stunden-Closes über die nächsten 2-3 Tage werden dann immer wieder zeigen, ob hier bei Ethereum dieser Support hält. Genauso wie auch bei Bitcoin hier dieser Support-Bereich halten sollte. Solange der hält und sobald wir uns auch wieder mit ein bisschen mehr Kaufvolumen, sobald wir hier genauso wie sowas hier sehen, sobald wir uns mit ein bisschen mehr Kaufvolumen anfangen, wirklich von diesem Support-Bereich zu entfernen, dann ist es auf jeden Fall sogar auch nochmal möglich, eine neue Long-Position zu öffnen. Denn wir haben jetzt hier einen Higher High. Wie ihr sehen könnt, Leute, hier sind unsere alten Highs. Wir haben einen Higher High. Auch im Vergleich zum Elon Pump haben wir einen Higher High. Und wir formen sowieso Higher Lows. Das heißt, alles relativ bullish hier an der Stelle. Es gibt an sich noch keinen Grund zur Annahme, dass wir jetzt hier mit einer Korrektur rechnen müssen. Aus diesem Grund bleiben meine Long-Positionen auch erstmal weiter offen. Ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch mir gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, Leute, wenn ihr euch für das Trading-Thema interessiert und die Informationen aus meinen Videos, wenn ihr die in die Realität umsetzen wollt, dann gebe ich euch jetzt diesen Tipp. Geht in die Videobeschreibung, schaut euch das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks einmal komplett an. Auch wenn ihr vielleicht noch ein bisschen ein Anfänger seid, schaut euch einfach mal dieses Trading-Tutorial komplett an. Und ich beantworte da so viele Anfänger-Fragen und auch so viele Tipps und Tricks gebe ich da noch. Wie gesagt, das hat schon einen Grund, dass dieses Bybit-Tutorial eigentlich so ziemlich das beliebteste auf ganz YouTube ist. Das heißt, schaut euch das an. Registriert euch gerne bei Bybit, Femex und Ruodex mit meinen Affiliate-Links. Damit unterstützt ihr mich. Ihr kriegt über 1.000 Dollar kostenlos für eure ersten Trades. Und ihr unterstützt mich natürlich damit. Und mit meinen Affiliate-Links habt ihr natürlich noch mal ein bisschen mehr Glück. Ich wünsche euch zumindest noch mal ein bisschen mehr Glück, denn ihr unterstützt mich damit natürlich auch. Und dadurch kann ich für alle Leute weiterhin kostenlosen Content auf YouTube zur Verfügung stellen und auch in meiner Telegram-Gruppe. Ansonsten würde sich das natürlich für mich zeitlich nicht wirklich lohnen. Würde der YouTube-Kanal nicht auch ein bisschen was an Profiten abwerfen? Ist ja eigentlich relativ logisch. Ich denke, das versteht auch jeder. Aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns nachher höchstwahrscheinlich noch in einem Livestream. Und ansonsten morgen wieder in einem Video und in Updates in der Telegram-Gruppe. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.